Hallo, ich möchte heute den Pederowitsch zum Friseur schicken und dann schauen wir mal, ob er überhaupt zuhause ist. Na, warte mal. Hallo, wer ist da? Ich. Und was gibt's? Tedrowitsch, jetzt wird's Zeit, dass du mal wieder ordentlich aussiehst und geh doch bitte zum Friseur. Nein, 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 nein. Ich geh nicht zum Friseur. Oh, Tedrowitsch, jetzt geh doch bitte zum Friseur. Ich möchte, dass du ordentlich aussiehst und keine Widerrede. Na, schauen wir mal. Na, schauen wir mal. Na, schauen wir mal. Gut. Sehr schön. So. Wunderbar. Dankeschön. Huh? Danke. 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 Danke.